Hey, Phipps, glaubst du eigentlich ans Raumschiff Enterprise? Ich weiß nicht. Du? Ich kann nämlich was. Zeig dir jetzt. Ich kann mich nämlich wegbeamen. Und, Puppe, sind eh alle Teile unten wieder gut angekommen. Also, Puppe, ich finde, da sollst nicht so viel Fernsehen. Da kommst du nicht auf blöde Ideen. Stell dir vor, da geht was schief. Hey, Beamen, ist ja noch gar nichts. Ich kann ganz was anderes. Ich kann mir was voll wünschen und auf einmal ist es dann da. Zum Beispiel Erdbeeren. Also, mir wird das Ganze jetzt schon ein bisschen unheimlich da. Ich verkröre mich lieber. Bin mir sicherer. Mua, Erdbeeren. Wo kommen denn die auf einmal her? Hm, komisch. Mua, die rachen gut. Isst wir's? Mh, du rachst aber auch gut, Kleine. Bei mir brauchst du aber nicht abeißen, geil? Hast du schon mal Erdbeeren gegessen, Leo? Nein, noch nie. Ich glaub, ich mag den auch nicht. Sind wir zu rot? So, da seht's. Hat funktioniert. Einfach nur festwünschen. Das ist alles. Hey, das muss ich auch lernen. Wenn das echt geht, vielleicht zeigt's mir's. Hey, Leo, du schaust voll aus am Mund. Hast dich doch schon angeschaut? Also, ich wünsch mir gar nicht Erdbeeren mehr. Schaut's mir mal an, die Ausschau. Kann ich wieder eine Stunde putzen. Auf das hab ich nicht gedacht. Na ja, so schlecht ist das nicht. Also, riechen tut's zumindest sehr gut. Aber, mir schmeckt mehr das Grüne. Ist wie das Rote. Ich glaub ja, das ist sowieso nur wegen mir alles. Ich hab nämlich heute meine Haft rausgekriegt. Die Doktorin hat gesagt, passt alles. Und jetzt ist alles wieder normal. Das wollte ich mir sagen.